All in. Tausend Augenblicke. Von Emma Scott. Es lesen Polly Nolden und Tiziano Renz. Teil 1. Full Tilt. Poker. Emotionales statt rationales Spiel, bei dem eher impulsive als logische Entscheidungen getroffen werden. Prolog. Jonah. Vor 15 Monaten. Weißes Licht blendete mich. Ich versuchte krampfhaft, die Augen offen zu halten. Dann gab ich auf und sie fielen wieder zu. Stattdessen lauschte ich den Maschinen, ließ mich von den Geräuschen aus der Bewusstlosigkeit holen. Das pulsierende Piepen, das war mein Herz. Mein neues Herz, das langsam in meiner Brust pumpte. Gestern gehörte es noch einem 23-jährigen Basketballspieler, der vor Henderson einen Autounfall hatte. Heute gehörte es mir. Trauer und Dankbarkeit tanzten am Rande meines Bewusstseins. Danke. Es tut mir leid. Und danke. Gott, meine Brust. Es fühlte sich an, als hätte ein Amboss mich zerquetscht, meine Rippen zerschmettert. Ein heftiger, anschwellender Schmerz lauerte unter dem Brustbein, wo sie meinen Brustkorb wie einen Schrank aufgemacht und dann wieder zugeklammert hatten. Irgendwo inmitten dieser tiefen, heftigen Pein befand sich mein neues Herz. Ich stöhnte vor Schmerz. Er wacht auf. Bist du wach, Schatz? Ich zwang mich, die Augen zu öffnen, und das Licht war gnadenlos. Vielleicht bin ich tot. Das Weiß des Krankenhausbetts und die krassen Leuchtstoffröhren brannten in meinen Augen. Dann gewöhnten sie sich an die Helligkeit. Dunkle Formen nahmen Gestalt an. Meine Eltern standen rechts von mir und beugten sich über mich. Meine Mutter hatte geweint und strich mir eine Haarsträhne aus der Stirn. Sie rückte den Schlauch zurecht, der in meiner Nase steckte, obwohl er wahrscheinlich nicht zurechtgerückt werden musste. Du siehst wunderbar aus, mein Lieber, sagte sie mit zitternder Stimme. Ich fühlte mich, als wäre ich nach wochenlanger schwerer Krankheit von einem Güterzug überfahren worden. Aber sie meinte auch gar nicht, dass ich gut aussah. Sie meinte, dass ich lebendig aussah. Für sie brachte ich ein Lächeln zustande. Es ist gut gelaufen, Junge, sagte mein Vater. Dr. Morrison sagt, alles sieht gut aus. Er lächelte mich angespannt an, dann sah er weg und hustete hinter vorgehaltener Hand, um seine Gefühle zu verbergen. Theo, krächzte ich und zog eine Grimasse, als der Schmerz in meiner Brust aufflackerte. Ich atmete flach und sah zu meiner linken Seite. Da saß er, gebeugt, die Unterarme auf die Knie gestützt, stark, verlässlich. Hey, Bro, sagte er, und ich hörte die gezwungene Lockerheit in seiner tiefen Stimme. Mom, nimm dich auf den Arm. Du siehst scheiße aus. Theodor, sagte sie. Das stimmt nicht. Er sieht wunderbar aus. Ich hatte nicht die Kraft, für meinen Bruder einen Witz zu reißen. Ich schaffte es nur, zu lächeln. Er lächelte zurück, aber es wirkte verkrampft und hart. Ich kannte meinen Bruder besser als jeder andere. Ich wusste, wann ihn etwas quälte. Wut brannte ununterbrochen in ihm wie eine Kontrolllampe und jetzt war sie leuchtend rot. Warum? Ich blickte mich im Raum um und wusste es. Audrey. Die Atmosphäre war plötzlich angespannt und meine Mutter sprang auf, als hätte jemand sie mit einer Nadel gestochen. Blicke wurden getauscht, flogen wie Vögel über meinem Bett hin und her. Es ist spät, sagte mein Vater. Sie ist nach Hause gegangen. Er war Stadtrat und hatte die Politikerstimme angeschaltet, die er immer benutzte, wenn er auf möglichst angenehme Weise eine unangenehme Wahrheit aussprechen musste. Meine Mutter, Kindergärtnerin und geübt im Trösten, sprang ihm bei. Aber du musst dich jetzt ausruhen, Schatz. Schlaf ein bisschen. Du wirst dich besser fühlen, wenn du geschlafen hast. Sie küßte mich auf die Stirn. Ich hab dich lieb, Jonah. Alles wird gut. Mein Dad fasste meine Mom bei den Schultern. Lass ihn schlafen, Beverly. Und ich schlief. Oder sagen wir, ich fiel immer wieder kurzzeitig in einen unruhigen, von Schmerz durchdrungenen Schlaf, bis eine Schwester eine Infusion anschloss und ich richtig einschlief. Als ich aufwachte, war Theo da. Audrey nicht. Mein neues Herz begann dumpf und schwer zu pochen. Die Adrenalinproduktion funktionierte wieder, oder welches Hormon eben ausgeschüttet wurde, wenn etwas vorbei war, wovon man geglaubt hatte, dass es ewig halten würde. Wo ist sie? fragte ich. Sag mir die Wahrheit. Theo wusste, wen ich meinte. Sie ist gestern Morgen nach Paris abgereist. Hast du mit ihr gesprochen? Was hat sie gesagt? Er rückte mit dem Stuhl heran. Sie hat mir eine beschissene, rührselige Story aufgetischt, dass sie einen Plan für ihr Leben hätte und dass das hier … Sein Blick wanderte durch den Raum. Nicht passte, sagte ich. Sie hat es nicht gepackt. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Scheiße, ich hätte den Mund halten sollen. Nein, sagte ich und schüttelte leicht den Kopf. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Ich musste es wissen. Tut mir leid, Bro. Drei Jahre. Du warst drei Jahre mit ihr zusammen und sie ist einfach … Es ist okay. Es ist besser so. Besser? Wie kann das bitte besser sein? Meine Lieder wurden wieder schwer und ich wollte die Augen schließen, den Vorhang fallen lassen und noch einmal für eine Weile im Nichts versinken. Ich hatte nicht die Kraft, ihm zu sagen, dass ich Audrey nicht dafür hasste, dass sie mich verlassen hatte. Ich hatte es kommen sehen. Selbst krank und mit einem in absehbarer Zeit versagenden Herzen hatte ich bemerkt, wie sie sich gewunden hatte, wie sie heimlich zur Tür geblickt und überlegt hatte, wie sie vor meiner Krankheit und dem Leben, das sie mit sich brachte, fliehen könnte. Es tat weh. Ich spürte jedes der drei Jahre, die wir zusammen gewesen waren, wie einen Messerstich in meinem neuen Herzen. Aber ich hasste sie nicht. Ich hasste sie nicht, weil ich sie nicht liebte. Nicht so, wie ich eine Frau lieben wollte, mit jeder Faser meines Seins. Audrey war weg. Theo konnte sie für mich hassen. Meine Eltern konnten sich über ihre Hartherzigkeit mir gegenüber wundern, aber ich ließ sie einfach gehen. Denn in diesem Moment wusste ich noch nicht, dass sie die Letzte sein würde. Ich habe die Letzte sein würde.